So, und wenn du bereit bist, rennen wir da durch, was das Zeug hält. Wir rennen. Ich werde nicht umkehren, wenn einer von euch liegt. Okay, wenn du oder Rochelle liegt, dann kehre ich um. Vielleicht. Okay. Warte. Okay. Erinnerst dich ja noch vielleicht an Zelda, wo hier ein Vulkanausbruch war. Ja, ich erinnere mich doch so vage da lang. Okay. Sag, wenn wir los können. Ich hoffe, dass ich das überlebe. Okay. So, einmal noch die Lampe, vorsichtshalber, damit ich wenigstens sehen kann, wo ich hinlaufe. Dann los! Auf geht's! Ich schmeiß noch Rohrbombe, damit die ein bisschen angelenkt sind. Deren echte Zombies noch mitkille. Ist doch Achtung auf die Skulltoolers achtgeben, die nicht streiten. Rochelle hochhelfen. Nein, 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 das ist dir dann doch zu wertvoll. Aber Zombie! Warte! Ah, Skulltooler! Zombie! Zombie! Ich hörte mal die Skulltooler hier. Ich hab's geschafft. Nick hochhelfen. Nein, nein. Mr. Leap nicht zu Hause. Nein, nein. Schutzraum, komm schon! Hm, gibt's ja noch irgendwo ein Secret, was ich bis jetzt noch nicht gesehen? Nein, schade. Schade, schade. Warum lebt Nick eigentlich wieder? Der war doch tot. Hä? Hast du irgendwas mitbekommen, warum Nick wieder lebt? Oh, sorry. Nein, hab ich nicht. Ist egal. Hör ab! Ups, war ich das? Das tut mir aber leid. Okay, komm, wir gehen in den Schutzraum. Und jetzt warten wir einen da unten auf uns. Hast du irgendwo eine Granate, womit wir sie töten können? Nein, aber ein Zombie. Ups! Seid ihr noch mal endlich tot? Wir sind eure Herrsche sofort hier rein! Wir sind eure Herrsche sofort hier rein, ey. Alter, wo sind die denn überhaupt? Dahinter, ich erschieße es dir von hier aus. Ich versuch's zumindest. Aber die sind gleich tot. Oh, die haben hier nicht mehr. Waaah, nein! Nein, 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 nein! Nein! Wolltest du die Skuldhutter da besuchen? Na, warum geht der schon wieder runter? Ah! Ah! Okay, Roche ist schon mal weg. Nick ist eh gleich tot. Da fehlt eben viel. Hilfe! Ich komm mal mit. Bewegt eure Herrsche hier rein, verdammt! So, jetzt machen wir mal hier kurz. So. Scheiße, Mann! Scheiße, oh Scheiße! Komm schon! Das können wir doch besser, ich weiß nicht. Na, also. Wir haben es überlebt. Wir sind sicher für's Erste. Aber nicht mehr lange. Ja gut, jetzt kommen wir in den Todeskrater. Dem Vorgebiet zum Feuertempel. Ich erinnere mich schon vage daran, das gefällt mir ganz und gar nicht. Mir schon. Ist ein relativ kurzes Gebiet eigentlich. Aber nicht gerade ungefähr. Oh, ich hab sogar mein Schwäzchen noch. Das nicht. Natürlich. Wo ist mein Adrenal... Wo ist mein Defibrillator hin? Ach da. Ach, was soll's denn brauchen wir jetzt die noch nicht. Meine Schnipper! Oh. So. Warte mal, ich brauch mal ne Zusatzwaffe. Lade nach! Chrom! Waffen! Nein! 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 Ich hab mein Schwert! Ich hab mein Schwert! Oh, ich kann offensichtlich nur eine Sache tragen. Du kannst ein Schwert und ne Schusswaffe tragen, ne große. Ach, ne große? Ja, klar. Sekundär und primäre Waffen. Schwert und so zählen immer als sekundär. Und ne große Waffe als primär. Okay. Ich hol mir... Aua! Ich hol mir die Big Gun. Aua! 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 der Tüte Sag mal, bist du eigentlich voll bekloppt im Schädel oder was? Ich hab vergessen, dass da ne Schlucht ist Vollidiot, ey! Was, die hier drüben?! Du vollidiot! Jetzt kann ich das im Prinzip schon vergessen, weil ich nicht weiß wo ich hin muss geradeaus also so wie ich jetzt hier oder was ja ich wache über dich ich bin dein leiter runter da wurde hier und gibt es eigentlich nur einen weg glaube ich ja nur ein weg also da wieder runter springen ja wirklich gar ruhig jetzt reicht es mir hier ich habe ihn hinter dir zum charter übrigens Das tut gut. Das tut gut. Das hat gut getan. Und da jetzt über die kleine Lücke springen. Hoffentlich bin ich jetzt nicht so doof im Fall da runter. Nein du. Hier bleibt höchstens hängen. Raus an dem Fall! Nick! 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 Was machst du da? Lade! Ruhig! 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 Habe ich schon erwähnt diese MS-Klasse Spaß macht Zombies abzuschlachten? What the fuck? Da sind grad Zombies bei dir gespawnt. Echt jetzt? Ja und dann sofort wieder verschwunden. What? Oh Gott! So aber wie viele kommen denn noch von der? Sorte! Okay über die Brücke bestimmt rüber? Ja einfach nach unten. Hat nicht den direkten Weg. Da lang? Nein, einfach runter. Was? 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 Die Brücke zu dem Triforce Symbol. Einfach weiter, weiter, weiter. Aufpassen! Ja da ist. Weg damit! Aua, aua! Weg damit! Aua! Da unten. Ja. Richtig Zombie. Da ist auch nichts hin. Nichts richtig hingefangen. Und drücken, oder? Aua! Wow! Ohne Scheiße! Ich lag wirklich gut gerade! Oder? Joa! Ich meine, hier liegt schon gerade! Ach! Nein! Warum nämlich das? Ich schreuz gar nicht! Aua! 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 Töten mal! Ja! Aua! 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 Wow, ich lebe noch. Ich weiß nicht wie, aber ich lebe noch. Wenn ich das in irgendeiner Form überlebe, dann fress ich B. Oh oh. Nein, 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 bilge bitte. Du schaffst das else. Beweg deinen fetten Arsch da rein. Ich glaube an dich. Dann geht jeder nach. Du sollst nicht nachladen, du sollst hier rauf kommen, wachsch. Bewege deinen Arsch hier rauf! Nick, du bist nicht so blöd, weißt du das? Ohne mich läuft halt hier absolut ein gar nichts. Alter, wie ich da gerade hänge? Na dann lass mal den Papi ran. Ja, hast du eben auch, ne? Und dann bist du gestorben. Ja, das zählt nicht, weil da hab ich Scheiße gebaut. Du warst fast jedes Mal Scheiße. Ja, aber nicht so eine Scheiße. Doch, auch so eine Scheiße. Ich bin vielleicht ein toller Pat, ja? Aber ich bin kein... Äh... Death. Da möchte ich jetzt nichts zu sagen. Komm her, die versteckte Big Gun hier. Yeah, this is him! Lade nach! Nein, das ist nicht Heavy! Nein, das ist Patrick! Ich bin Patrick's da! Ist da die große Krabbe? Nein, hier ist Patrick! Ist da die große Krabbe? Nein, hier ist Patrick! Ist da die große Krabbe? Nein, hier ist Patrick! Ich bin aber keine große Krabbe! Ähm... Wieso heißt der Laden hier? Mh... Mh... Satteln! Hast du... Wow! Satteln! Hast du... Wow! Ich hab Schellen von der Plutarch heruntergestoßen! Weil... Egal, solange ich da bin... Hast du wieder mal dran! Hab mir kein Problem! So lange ich da bin, ha'll ich jetzt allesМ Jaaaa! Mit der Waffe komme ich auch ganz gut aus! Jaaaa! MediPack! Ne, MediPack! MediPack, äh... MediPack braucht der Kerl nicht! Stimmt! Der hat der, der hat ja keine Ahnung, äh... der hat es nen... der hat es nen Zweig! Der, der... Nrrr! Oh ja! Oh! Oh ja, oh! Oh, Altrick. Ja, Nick. Nick, nimm doch nicht das Medipack-Installat, um dich zu heilen. Nein, stirb doch! Ja, ich renne dich ja schon, Mixer. Ich hör mal ein paar Zombies auf. Ich hätte gern die Wirbel-Attacke drauf, aber... Das geht irgendjemand anders. So, ich hab ihn wiederbelebt. Auch wenn das eigentlich nicht meine Art ist in dem Falle bei ihm. Aber... Ich will mal so sagen, ich bin kein Unmensch. Kehlen hat's jetzt zweimal. Wobei ich die einmal kurz... Nein, mein Bücher umsorten. Wobei ich die einmal kurz nehme. Und mein Adriel, oder nein? Niiiihhhhhhhhhh Ernsthaft? Ernsthaft? Hallo Nick! Hilfe! Ich komm ja schon! Er tut was. Bin schon tot. Meine Fresse, Nick. Einfach den Weg weiter runterlaufen, dann bist du da. Aua! Fert! Piss euch, ihr gattverdammt! Drecks! Zombies! Nick, ich werde dich nicht retten. Nicht nochmal! Entweder du hast das Glück und du überlebst die Scheiße, oder du wirst so dumm und stirbst einfach. Wobei mir die zweite Variante lieber wäre. Habe ich das jetzt gesagt worden? Jetzt kommt Tice! Oh oh. Los, Team, halt! Jetzt schaffst du's! Wirklich! Ohne Scheiß! Der letzte Zombie! Ernsthaft! 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 Wow! Weißt du, ich hätte auch die Big Gun mal nutzen sollen, aber du wolltest ihn ja auch sparen. Aber ich habe mich immerhin gut gehalten. Für keine Ahnung, ich hole die jetzt nicht mal. So. Selbst Schuld Big Gun. Ich habe keine Chance gegen Mads. Wie geht das jetzt? Ah, Smoker, Smoker. Nein, nein. Ich sehe den Knoter, nein. Der macht doch nur Späße, ich weiß nicht. Lass mich durch! Geh hin doch. Ich wollte doch nur oder lediglich durch, ist das zu viel verlaufen? Ja. Ja. Aufsichtig. Du glaubst du, der kann es ja alles machen. Ich habe diesen Klipperscheiß abgekriegt. Ich renne erst mal wieder vor und Rochelle verrickt da hinten halb. Die hat doch noch genug Leben, ich weiß aber nicht, was du willst. Helf mal ein bisschen. Ja, aber das sind massenhaft Zombies. Du musst laden! Da wird mal ein paar abgeknallt. Nice. Das wird reichen. Lade nach! Lade nach! Das ist aber so geil. Lade nach! Wahnsinnig, Lade nach! Deswegen sollte man nie alleine vorgehen! Deswegen sollte man nie alleine vorgehen! Deswegen sollte man nie alleine vorgehen! Alles gut, Schiller hat alles gut. Ja, aber nicht bei mir. Weil ich hier wieder alleine vorrenne. Einfach weil ich Schiller bin. Ja, ich hab' ich aufgeschmissen! Komm! Komm! Komm mal einer runter! Oder zwei oder drei oder irgendetwas! Ich komm schon! Was ist los da bei dir? Nix, nichts! Nur Gangbang-Party! Mit Char-Char, Hunter, Jockey, Zombie! Och Leute! Ist egal! Nick, hilft dir! Nick, hilft dir! Oh Gott! Du Rohrbombe! Oh, warum denn nicht? Oh ne, nicht du schon wieder! Ah, das Ding ist auf mir. Nimm mir das. Ups. Dein Kessel. Ich muss landen. Komm, geh einfach geradeaus, da ist ne Leiter. So, Achtung, Loch, da. Ah. Ich bin eben in die falsche Richtung gelaufen. Du musst um das Loch rumlaufen und dann ist hier ne Leiter. Ja, tut mir leid, ich bin außersehend in die falsche Richtung gelaufen. Das kann doch jeder mal passieren. Natürlich, natürlich. BIEB! Schutzbucker! Alles klar. WSR hier war da reingekommen. Zuhause, nein, nein. Sind alle da? Ja. Baby, so läuft das genauso. Boah, ist 53 nur. Schau, gefällst du es. Naja, ich fahr auch nicht gerade besser. D Bis zum nächsten Mal.